Hi, habe ich euch mein einzigartig schon gezeigt? Es ist 70 x 100 cm großer Acryl auf Leinen gemalt, strukturiert und es regt an, in die Ferne zu schweifen, an ferne Länder zu denken, an die Freiheit des Himmels, des Meeres und der wunderschönen Einsamkeit von Stränden zu denken. Ich hoffe, euch gefällt's, ihr liked, ihr teilt und findet meine Kunst gut. In diesem Sinne, alles Liebe, Servus!